Was kannst du da draußen den Leuten über die Aerobic & Fitness Week sagen? Was ist das Besondere an diesem Event? Ich glaube, das Besondere am Event ist, es ist eine Woche voll mit Strand, Sonne, Workouts. Eine Anlage, die alles hat, was du brauchst zum Workouten. Ein Fitnessstudio, was du noch zur Verfügung hast. Super Essen. Ganz besonders mein Baklava und welches ich hier nicht leben könnte. Hammer Service. Die Leute kennen dich jedes Jahr wieder. Alle freuen sich drauf. Es ist einfach eine unglaublich tolle Woche. Okay, nenn mir eine Sache, was für dich das Besonderste am Alibé Club Manaugat ist. Ich glaube, das Beste am Hotel Manaugat im Alibé hier ist dieser persönliche Bezug von den Leuten. Du kommst, sie kennen dich, jeder kennt dich, begrüßt dich jeden Morgen, jeden Abend. Von der Putzfrau bis zum Kellner, bis zum Personal, höchster Ebene. Alle kennen dich und da fühlst du dich wie zu Hause. Das ist nicht in jedem Hotel und deshalb kommen wir alle immer wieder gerne.